Miller Industries Europe präsentiert den Century L40 Rotator. Ein vielfältiges Fahrzeug, das dank des drehbaren Krans als Bergungsfahrzeug und Abschleppwagen einsetzbar ist. Diese Demonstration zeigt einen vollbeladenen Truck in schwieriger Position 30 Meter von der Straße entfernt. Hier sehen Sie die Kraft und die Vielseitigkeit der Century L40 unter schwierigen Bedingungen. Dieser Auftrag war wirklich hart. Und zeigt, was diese Maschine alles kann. Die sehr flexiblen Stützstempel erhöhen die Flexibilität der Maschine zusätzlich. Die Stützstempel müssen nur einseitig ausgefahren werden, sodass der Verkehr auf der anderen Spur weiterfließen kann. Bis zu acht Winden können auf dem Fahrzeug installiert werden. Alle Funktionen lassen sich per Hebel oder Funk fernbedienen, sodass der Bediener die Arbeiten sicher und mit gutem Blick auf Unfall- und Bergungsfahrzeug durchführen kann. Mehrere Hängepunkte sind an unterschiedlichen Stellen überall auf dem Bergungsfahrzeug verteilt, um Angriffspunkte für die Windenhaken für allen möglichen Situationen zu bieten. Das Kontrollsystem überwacht alle Ereignisse während der Bergung und sichert die Fahrzeugbalance, so dass der Bediener sich auf die Bergungsarbeiten konzentrieren kann. Das Kontrollsystem hat verschiedene Sicherheitseigenschaften, wie Kabelzugentlastung, eine Gradanzeige für den Schwenkkran und ein Kippwarnsystem. Sobald das Unfallfahrzeug widersteht, wird der Century L40 umgebaut, um es auf den Seitenstreifen zu ziehen. Dank der Sphilseitigkeit des Krans kann das Unfallfahrzeug auf die Abschleppbrille gehoben werden, was den Bergungsprozess beschleunigt. Der Century L40 Rotator ist eine großartige Hebe- und Zugmaschine, die sogar beim Schleppen einen Wendekreis von nur 25 Meter schafft und bis zu 24 Tonnen auf die Hinterachse laden kann. Unser Spezialisten-Team hilft Ihnen gerne, jederzeit eine Speziallösung für Sie zu finden. Der Century L40 mit seinem vielseitigen Design und dem Schwenkkran, ein Bergungsfahrzeug und ein Abschleppwagen. Gut gemacht!